N-R-W-Venio Ahhhh Geil, man Nee, also Das ist zum Beispiel Hast du da nen Teppich draufgelegt oder was? Ey, Kerlo. Mehr geht nicht, Rost. Das ist leider das einzige, was in Rost geht. Ich hab all meine Autos sind komplett verrostet. Das ist so geil, man. Ich dachte, du hast ne Kuh überfahren, ehrlich. Ja, ne, deine Mutter hab ich nicht überfahren, Kerlo. Okay, dann lass mal mich zum Rockport fahren. Komm, ich zeig euch. 1-0 Ja, boin. Nein! 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 Weg hier! Ey, scheiße, ich krieg den nicht mehr hoch jetzt. Oh mein Gott, du bist so dumm, ne? Die guten Muskeln, wo seid ihr denn? Ja, wir sind hier, zu dritt. Marvin Huka ist ein Hurensohn. Marvin Huka ist ein Hurensohn. Der Pferd landet gleich im Wasser. Ich würd euch, hier fick ich euch deswegen, Alter. Einer nach dem anderen. Jeffy als erstes so kleine Messgebot. Ich weiß nicht, weil du ein Wichser bist einfach nur. Was macht man da nicht, Al? Wir würden doch nicht um... Ah, ich lieg! Was macht man da nicht, Al? Wir würden doch nicht um... Ah, ich lieg! Ich lieg! Ich lieg! Wo liegt der? Wo liegt der? Liegt der jetzt? Ehrlich jetzt? Nein, Decker. Wo, wo, wo? Das ist sein Ende, ne? Das ist euch bewusst. Wo? Er liegt jetzt in dieser Dauer? Wo ist er denn? Oh, wie kann man denn so dämlich sein, Decker? Hätten wir lieber ein Stück Toll? Wo ist er denn? Ich seh dir nicht. Hey, Jungs, habt ihr auch nur noch einen Liter Tank? Jungs, wir müssen ein bisschen gesittet davon. Ich habe Seitenstiche des Todes und hänge als Letzte wie die letzte Rollige Tölle am Ende. Da hab ich auch gar keinen Nerv. Ja, okay, komm. Wir drehen und wir chillen jetzt hier. Ja, wie jetzt? Dreh die Pause. Ja. Wir chillen jetzt hier. Komm, wir chillen jetzt hier. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich glaub ihm, dass er dann real talk seinen Stichchen hat. Ich kriege Seitenstiche. Ich hab dagegen nichts unternommen. Vom W drücken. Ich. Dein Muskelkater ist eben, Linger. Alter, alle gehen. Und einmal Codefeger am Shopper, dann kann ich hier rein. Wurde jetzt, wurde der TV jetzt gestellt? Negativ, soweit weiterhin flüchtig im Wasser. Ah, Hund. Ah, check. Bestes. Bestes Appell wie der Livestream. Das dauert nicht zu lange. Jetzt. Ein Zombie. Guten Tag. Hallo. Ein Zombie. Haben sie uns gesehen? Wie ging das? Die war nur getan.